Tim, komm mal mit drei, vier Eimern zu mir. Einfach an Daniels Haus vorbeilaufen. Du Scheiße. Also rechts vorbei. Rechts. Eigentlich könntest du das immer klippen, wenn Ringen und sowas passiert. Also immer so ein F10 drücken oder was auch immer du drücken musst. Dann kannst du so eine Compilation machen. True. Wer ist denn das? Vielleicht Janik. Janik? Vielleicht auch nicht. Heißt es jetzt nicht Fairmaster oder heißt es Master? Oder was? Ein Hamburger Fan, Master? Die wollen, dass es Master heißt. Master. 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 Ich würde tatsächlich bei der Frage, wie interpretierst du den Namen? Ah, schillige Sache, Richard. Bei der Frage, wie interpretierst du den Namen? Big. Oder du zoomst bei jedem Video auf 110%. Ich mach zwölf. Zwölf, ja zwölf. Zwölf, okay, mach zwölf. Ich mach zwölf. Ich bin Yasuo auch richtig schlecht. Schlecht. Ich spiel den auch im Boden. Richtig schlecht. Wolltest du, Digger. Was? Hier, Richard, warte, jetzt muss ich neu streamen, ne? Ja. 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 Okay. Wir haben schon insgesamt 2,86 Euro gelassen. Mit Bits. Also nur Bits. Wie viel ist denn ein Bit wert? 1 Cent. 1 Cent. 1 Cent. Wir können die TikToks, ich weiß, wir können ja sonst morgen zusammen machen. Ja, können wir ein paar machen. Also morgen wollte ich nichts. Mhm. Gott. Mann. Was? Ach. Okay. Junge, ich... Warum muss Finlay sich den Namen aufschreiben? Hallo, so. Junge, was war denn das? Äh, 33 waren. Ja. Ja. Hey, ich... Ich bin... Mein Adolf. Das ist das... Oh, meine... Ey, Digger. Ich mach das wirklich nicht mit Absicht. Meine Fresse. Ja. Ey. So, so, so. Oh, wo ist noch ein kleiner Koffer? Wo wollen wir alle den Komet S2 nehmen, einfach? Ja, geh ich gleich. Bitte? Geh ich gleich. Dann mach doch mal so'n Bach. So'n kleinen. Ja, so'n kleinen Bach, der 4000 Blöcke weit geht, damit Richard reinspringen kann. Ja. Äh? Tim. Ich schwöre, du kommst damit nie wieder davon. Dann sagt dein Chat immer, I'm not a millionaire. Ja, und dann muss er immer richtig lachen, weil er weiß, dass es nicht stimmt. Ah. Geil. Geil. Was hat er dir geschrieben, Tim? Geil. Wie Band so... Ja, wahrscheinlich kommt man da gar nicht mehr voran, hä? Ja, aber kaum noch. Band wird sich... Was? Nichts. Wie bitte? Weißt du... Weißt du, was gut ist? Durch OBS kann ich meine Stimme einfach muten und dann komplett deinen Voice-Crack genießen. Du kommst doch noch dran. Schau dir mal. Schön gemacht. Richard. Okay, komm. Jax, gefällt mir auch. Also... Ich will mir auch, Digger. Ja, mir auch. Also, richtig? Vielleicht ja, nee. Mein Hamburger Fernmaster. Wie interpretierst du den? Na, ich mach's wohl. Richtig schlecht. Wolltest du... Wollt... Ja. Cent. Morgen wollte ich nicht. Junge, ich... Alles so gut. Ja. Noch kleine Karten. Geh ich gleich. Mir. Tim. Ja, geil. Du kommst doch noch grad. Jax gefällt mir auch.